Ho, ho, ho. Heute ist Heiligabend. Ist das für euch auch der aufregendste Tag im Jahr? Der Weihnachtsmann hat dann zwar immer ganz viel zu tun, aber all die glücklichen und fröhlichen Kinder sind für ihn das Schönste und er freut sich auf die Reise zu euch. Und wisst ihr was? Der Weihnachtsmann ist top fit. Ohne die Unterstützung von Dani, Wolfi, Julinchen und natürlich von euch. Den vielen Kindern, die gemeinsam mit ihm trainiert haben, hätte er das bestimmt nicht geschafft. Der Weihnachtsmann bedankt sich bei euch allen, dass ihr Weihnachten gerettet habt. Prima. Jetzt kann er auf seinen Schlitten steigen und losbrausen. Ein langer arbeitsreicher Tag liegt vor ihm. Es war eine tolle sportliche Reise mit euch und es hat euch hoffentlich genauso viel Spaß gemacht wie uns. Wir wünschen euch und euren Familien fröhliche Weihnachten.